Ragu-i-El. Ragu-i-El ist der Name eines Engels. Ragu-i-El ist der Engel, der spirituelles Wissen bringt. Ragu-i-El ist auch für spirituelles Vertrauen wichtig. Auf dem spirituellen Weg gilt es, rechtes Wissen zu bekommen. Wenn du etwas tief verstanden hast und dieses Wissen mit Erfahrung verbunden ist, dann kommt daraus tiefes spirituelles Vertrauen. Zweifel zählt als eines der Hindernisse auf dem spirituellen Weg. Aber man sollte auch nicht blind vertrauen. Blinder Glaube, blindes Vertrauen kann in Abwege führen. Und so gilt es, spirituelles Wissen zu bekommen, spirituelle Erfahrung und das führt dann zu tiefem Vertrauen. Dafür steht Ragu-i-El.